ja halli hallo liebe kommentierfreunde ich bin satenchi und gerade hat es geflackert ist uns das licht ausgegangen hä ist der strom ausgegangen was war denn das gerade so flackert das oh mein gott auf jeden fall bin ich satenchi und wir kommentieren heute kommentare und zwar eure kommentare das machen nicht wir sondern ich kommentiere eure kommentare so denn das ist die große kommentiershow okay passt auf wir haben es jetzt schon ein bisschen spät das muss ich nachher noch hochladen kann es sein dass die folge ein bisschen spät rauskommt das tut mir dann leid aber gestern der live stream und ich war total fertig ich konnte das nicht mehr aufnehmen dann auch okay passt auf wir haben echt viele kommentare heute hier 10 ist nicht so viel 14 41 und dann haben wir hier nochmal 15 ist also nicht so schlimm wir schauen einfach mal das hier ist ja wieder die uralte folge von von letzten samstag also sehr sehr weit also nicht von diesem samstag der jetzt gerade erst war nicht der gestern sondern der vorletzte von daher sehr lange in der vergangenheit eine fertigungsmaschine kann auch mit mehr als nur ein knicki pro seite versorgt werden ich weiß nicht genau was sich das bezieht aber es kommen öfters solche dinger wie zum beispiel hier ja eigentlich fange ich immer von unten an hehehe tenji ich habe da eine frage könntest du mal ein stream machen dass ich mit dir mal warframe spielen kann ich finde faktoria ein richtig geiles spiel faktorio bis tenji bis youtube ist das beste trio überhaupt und machen weit ok danke das mit warframe weiß ich noch nicht genau wie ich das mache ob ich das überhaupt es hat immer ja projekte und so die stehen also ich habe jetzt gerade noch ein projekt in der mache das wird hoffentlich ganz cool mal gucken ob das ob das hinhaut deswegen ist ja immer so projekte machen und zeit und so auf jeden fall danke dafür mit warframe da bin ich echt keine ahnung ob ich das jemals irgendwie richtig spiel ich habe nur so viele spiele die ich nicht nicht durchgespielt habe bis jetzt oh gott oh gott hallo tenji du hattest die ganze zeit deine lieblingswaffe im werkzeugfenster oder wie auch immer man das nennen soll die hattest du noch am ende der letzten folge bastelt ja das war hier die pump gun die hatte ich nämlich die ganze zeit habe ich vergessen gehabt da rein zu tun glaube ich ich habe das gefühl dass alles was links von dir ist von wasser umgeben ist und du hinten safe bist das hat man ja letztens schon versucht ja zu sehen aber anscheinend ist hier leider muss ich sagen hier doch noch ein haufen wüste wäre cool wenn hier unten alles voller wasser wäre dann könnte man sich immer weiter ausbreiten aber so haben wir wirklich nur diese kleine ecke hier oh gott wie groß diese basen schon sind lieber pause machen so jetzt geht es nämlich da kommt jetzt wieder was mit dem knicki pass auf warum hast du nicht einfach ein knick am roboter drunter gestellt statt kompliziert an jeder seite zu kommen man kann doch die ganze seite der fabrik neben tanschi cool wie immer zum thema solarkraft wer das unten rechts doch bestimmt keine schlechte wahl oder was sagt na eben moment mal das stimmt wieso habe ich nicht das ging glaube ich hier um da drüben um unsere sandfabrik ach bin ich blöd ne okay jetzt verstehe ich erst warum die ganzen kommentare kam ich könnte doch einfach hier ein knick arm und hier noch ein knicker machen dann hätte ich auch drei knick arme und ich idiot habe sind die ja tanschi du bist der klügste meiner auf erden also sowas klug ist habe ich selten gesehen aber naja oh leute das stimmt warum mache ich denn das so kompliziert bin ich denn blöd im kopf bin ich blöd na gut dann können wir sie noch effektiver machen leute passt auf bam hm na hier geht es jetzt leider nicht ach Tanschi you are such a bitch bitch vor allem hier geht es gar nicht dann setze ich es hier hin ach Tanschi du bist schon ein bisschen bläm bläm im kopf na gut na gut aber jetzt ist es noch effizienter da kann ich gerade nicht hin so noch effizienter das ganze ding jetzt hier ähm auch wenn einige zum beispiel gerade nicht einknicken dann könnte man hier noch mehr sand machen da sind wir richtig krass schnell dabei guckt euch das an wie schnell das geht also mauern dürften wir jetzt in zukunft richtig viel haben ah dass wir das jetzt auch oh gott ey ja ähm danke auf jeden fall leute danke ähm so wie immer zum nehmen die ganze seit der fabrik cool wie immer zum thema solarkraft wer das unten rechts doch bestimmt keine schlechte war oder was sagst du kommentier folge juhu ähm ja haben wir ja jetzt haben wir ja angefangen die solarfabrik haben wir ja jetzt ähm angefangen hier unten auch hin zu bauen auch wenn nicht vielleicht ganz hier unten sondern eher hier weil ich nicht so weit rennen wollte ich gebe es ehrlich zu das war einfach nur so ein faulheitsding Tanschi die sandfabrik braucht mehr steine oh ist das so also ähm Hä? warte mal steine doch hier gibt es steine ich habe ja hier extra steine fabrik da sind ja jetzt genug drin also das läuft ja super super mega gut so sorry hatte die folge nicht zu ende geguckt wie keiner sagte würde man ja ok gut äh ok ja mein meister ich bin kein ja ich bin ich bin der meister hm 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 Tanschi irgendwann würde ich eine richtig dicke Mauer bauen die Innenseite aus Tungsten und vier Schichten dann noch auf Sandsteinmauern dann bist du richtig gut geschützt gegen aliens das mit den Tungsten habe ich nicht ganz verstanden ähm huch hier würde ich klicken es gibt ja Schittin, Sandmauern und Steinwand gibt es da noch andere Mauern die man vielleicht erforschen kann Tungstenmauern oder so kann ja sein ne mal gucken vielleicht sind die noch stärker als Sandstein aber wir haben ja noch Schittin hehehehe so wo sind wir jetzt das war der Marco danke übrigens für den Kommentar ähm wieso machst du nicht ein ähm ähm wieso machst du nicht beim Einladen bin der Sandsteinfabrik knickarme nebeneinander ja weil ich blöd bin ich gebe es ehrlich zu ich bin einfach nur zu blöd anschein hm Jookitani kann das sein dass das der Jookimod einen eigenen Kanal hat oho 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 abonniere ich mal kurz damit ich das nicht vergesse da gucke ich mir später nochmal rein ähm you have a pump gun gutes Video ja danke das habe ich jetzt auch mitbekommen ich bin halt ein bisschen verpeilt manchmal eine Fertigungsmaschine kann auch mit mehr als nur ein Knicki pro Seite versorgt werden oh Gott ey ist so peinlich mein ist echt peinlich ey wie lange spiele ich das Spiel jetzt schon? zwei Jahre? oh Gott wie konnte mir das passieren? ich weiß es nicht so dann schauen wir uns mal die Kommentierfolge an die letzten die ich fast verpennt hätte ähm ne ne das fast verpennt war klar ne ich weiß gar nicht auf was sich das bezog aber ich glaube das hat sich schon auf Dings bezogen ähm aufs fast verpennt so haben wir sortiert genau sehr schön hey ich war zum ersten mal in der Kommentierfolge ach ich hab dich während dem Stream geedit bei Skype kannst du mir mal bitte annehmen ach du hast kein Radar äh Tenchi nimmt im Normalfall keine Leute bei Skype an nur bei Steam solange die Freundesliste ausreicht das stimmt ich weiß ich hab während dem Stream geedit okay ähm ja wie gesagt in Skype kommt bei mir keiner rein da ist wirklich alles nur Privatsachen also was heißt Privatsachen ähm ja doch so Familie Bekannte also Freunde die ich auch kenne ähm teilweise ein paar YouTuber sind da mit drin ähm mit denen ich halt Kontakt brauche und so aber ansonsten ist das wirklich einfach nur ja ich hoffe privat für mich und so dann mach ich dann äh ja Tenchi ich finde deine Folge gerade was blululululul nochmal Tenchi ich finde deine Folgen gerade weil du so oft verplant bist sehr sehr geil mach so weiter finde das sehr gut wie du das machst oh danke Zottel hm danke danke Tenchi könntest du mal anfangen die blauen Tränke zu machen wär sehr geil oh Gott erinnere mich nicht da dran äh in der letzten Folge hab ich ja mal geguckt was wir alles brauchen oh Gott Tenchi bau dir doch mal Rüstung und ich hab mal ne Frage wie kann man diese Mauern bauen und gleich setzen geht das überhaupt also dass eine Maschine das setzt ja das geht da braucht man aber Blueprints hm quasi ich weiß gar nicht schade dass es hier kein Suchfeld gibt das müssten sie klar hier ähm automatisiertes aufbauen heißt das Ding das ist einfach ne Blaupause die brauchst du dann setzt du da ne warte Moment brauchst keine Blaupause das dürfte auch so gehen mal gucken ob ich es nochmal hinkriege ja welche Taste war denn das nein nein oder oder das war die Taste ich glaub das war die Shift Taste geht aber grad nicht weil ich wahrscheinlich die Technologie noch nicht habe aber ich glaube wenn du eine Mauer eine Mauer in der Hand hast und drückst Shift wenn das Shift ist wenn nicht korrigiert mich oder dann wird guck in den Kommentaren da wird es bestimmt schon korrigiert und dann setzt du die Mauer so baust die dann werden die so transparent dargestellt wenn du die Technologie schon hast mit den Flugrobotern und dann kommen die Flugroboter und bauen die dann da auf das ist halt quasi du baust halt einen Blueprint du brauchst also quasi nur einen Stein im Inventar haben und dann kommen die Roboter und bauen das ganze Ding das müsste Shift gewesen sein das macht doch komische Geräusche aber es baut halt nichts ich habe auch die Technologie noch nicht erforscht dafür kann daran liegen oder es ist ne andere Taste aber Shift Steuerung Alter hab ich grad probiert das sind die drei Tasten die ich probieren würde müsste Shift sein so einfach geht das so einfach Tenshi wann machst du immer Livestreams so der Kajana hat das schon gesagt so ziemlich jeden Samstag gegen 18 Uhr in den meisten Fällen kommt auch vor diesem Zeitpunkt noch ein Ankündigungsvideo in dem Tenshi sagt ob der Stream stattfindet oder nicht ja das ist der Fall außer ich verpens komplett also letztens ähm das hat einfach nicht hingehauen da konnte ich auch kein äh äh keine jeden Samstag 18 Uhr kommen teilweise Samstag ist natürlich so ein Tag wo man auch gerne mal was anderes vorhat ähm wenn ich dann was anderes vorhabe dann sage ich das vorher auch wirklich dann Bescheid wenn ich dann irgendwo hingehe oder so du kannst mit allen Waffen ohne Feinde auf Objekte schießen aber zum Beispiel eine Pistole streut nicht darum musst du beim Schießen mit C die Mauer auf das Objekt zum Beispiel ein Felsen halten äh ich glaub das geht trotzdem nicht ich glaub das mit dem Felsen hier ne ist kein Felsen das ist kein Felsen hier zum Beispiel ist ein Baum wenn ich dann C drücke oh mit C geht's aber der Felsen hat nicht funktioniert haben wir noch grad einen Felsen wir haben gleich leider keinen Felsen ah übrigens äh da hab ich ganz vergessen Entschuldigung ich soll ich soll mir ja doch mal ein ich soll mir einen Anzug bauen eine Rüstung oh geht gar nicht ich glaub wir haben die Technologie gar nicht dafür mal unsere Rüstung zu basteln wow krass oder nichts woanders keine Ahnung aber eigentlich sollte die bei Kampf drin sein ich kann mir keine Rüstung bauen was ist denn hier los was ist denn hier los ich hab echt weil ich immer nur den Mist erforsche den kein Mensch braucht und dann kommt hier ähm so was raus dass ich mir keine Rüstung bauen kann müsste ich mir auf meinen Merkzettel schreiben den ich nicht habe hahaha sollte ich gleich mal so einen Merkzettel hier hinschreiben so ganz oldschool ne so richtig auf Blatt Papier mit Stift ok äh aber muss ich mir merken hier das war ja für den ähm Protator HD muss ich auf jeden Fall noch machen wenn die Forschung durch ist dann mal schauen so ist eigentlich äh ist eigentlich aufgefallen dass ich die letzten Folgen gar nicht angesehen habe ähm mit dem Ansehen ist es mir nicht aufgefallen weil ich kann ja nicht sehen wer alles guckt und wer nicht aber kam halt nicht so viele Kommentare liegt hauptsächlich daran dass ich den Computer anschalte und dann nicht weiß was ich machen soll na wie wärs denn mit äh ähm ähm Faktorio Folgen gucken entweder ich gehe auf den TS da kann ich wenn ich will mit Leuten über sinnloses Zeug labern beziehungsweise schreiben oder ich versuche mich an etwas produktiven produktiv ist immer geil nur leider ist immer der innere Schweinehund der sagt immer so äh kein Bock zum Beispiel habe ich Portal 1 und 2 komplett aufgenommen und zum Teil hochgeladen so und da ist nämlich die Sache ich habe hier das Kommentar gelesen und habe dann mal geschaut und habe es nicht gefunden Videos ach ach ne ernsthaft auf einmal sind die da ich habe nur das hier gesehen ja ok habe ich nicht gesehen ähm playthrough das soll aber so wie ich das gehört habe eher so eine Art Speedrun sein nehme ich mal an einfach durchspielen ohne Gerede glaube ich wenn ich mich nicht irre hochladen dauert bei mir immer ein bisschen und wenn man dann sieht irgendein Ami im Video schlecht wenn irgendein Ami im Video schlecht bewertet hat weil er das German am Anfang des Videotitels nicht gelesen hat wieso man es nicht lesen wollte kommt es dir auch leicht verarscht vor ja das stimmt die Amis denken sowieso also diese englisch sprechenden Leute denken sowieso immer man muss alles auf englisch machen weil die kennen sowas nicht dass es noch andere Nationalitäten auf der Welt gibt verarscht was verarschen ist das Stichwort ich könnte ja demnächst mit dem Fmod Update 1420 142016 nach inner was nach interner Zählung anfangen aha dafür werden mich dann alle hassen hm wie Moment verstehe ich gerade nicht die werden dich hassen weil du mit dem Fmod Update anfängst warum das ist doch gut hm meine Prüfungen haben aber Vorrang also werde ich damit wohl auch erst in zwei Wochen anfangen können ja na klar real life und Prüfungen und so geht immer vor wow da habe ich ja jetzt noch relativ viel über gar nichts geschrieben ich bin halt einfach nur gut hm Kappa das Kappa ich habe mich mittlerweile verstanden ich bedeutet hm Tenchi sammel mal die Mini Alien Artefakte ein ich glaube daraus kannst du vielleicht was machen kannst du ja mal Kaya nur fragen der müsste sich da nicht auskennen und ähm der kann dir dann vielleicht sagen was er damit machen kann ja man kann auf jeden Fall was damit machen die aufzusammeln äh ja habe ich ja jetzt auch teilweise schon gemacht Janups Kanal und das von einer Ente geil ist aber auch das ist ja geil auch das Design ist ja so es ist ja auch hier von Looney Tunes und nicht Looney Tunes na doch ist ja schon irgendwie so in der Ecke ja schon cool äh Servus Servus ich habe vorgestern mit meinem Kumpel ein Factorio Livestream gemacht und da kam die Frage auf wie man die Substations plus Akkumulatoren und Solarpanels am effektivsten aufstellt ich weiß irgendwie im Viereck aber bin mir nicht ganz sicher dabei hast du einen Tipp für mich die Substations was sind denn Substations da bin ich grad ziemlich blöd ähm es gibt es gibt für die ähm Vanilla also die Standardpanels und so gibt es tatsächlich ein äh hat irgendjemand so ein perfektes Muster gemacht das habe ich auch glaube ich irgendwo mal gebaut ich glaube in der letzten Singleplayer Staffel ähm Staffel 2 also nicht der Gather sondern Singleplayer Staffel 2 die wird hier grad nicht aufgeführt und dann relativ am Ende habe ich nämlich einen komplett neuen Park gemacht und ich glaube da habe ich diese effiziente Dings aufgebaut diese effizienteste ähm Aufbaustation möchtest du mal gucken möchtest du mal gucken weil ich würde das wahrscheinlich nicht finden selbst wenn ich jetzt suchen würde ähm da habe ich das dann quasi mal angeschaut das müsste so relativ die letzten gewesen sein relativ musst du mal die Playliste durchschauen und da steht bestimmt irgendwas mit Solar bla 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 ich habe das bestimmt weil ich habe ich bin aber sehr kreativ was meine Dinge angeht ich mache immer nur sowas wie überall nur Steine Gegner die nicht sterben mal schauen wie das Update ist Baufolge ich bin so kreativ man mal wieder was basteln Frust im Battle Mode Sandstein ist was Feines okay vielleicht findest du es doch nicht so einfach du wirst es schon finden glaub mir du bist eine Ente eine Goldgräber Ente das kriegst du schon hin du wirst du findest bestimmt jeden Müll du wirst schon jeden Müll irgendwie ausgraben können das schaffst du schon ach der Hauke ich meinte dass du bei dem Kohlefeld die Erzförderung immer dahin packst wo am meisten rauskommt und nicht von unten nach oben oder so denn irgendwann ist doch alles weg oder nur noch 0,01 pro Sekunde schade wegen Terraria ja tut mir leid ähm das stimmt schon ähm am effizienten das Problem also was ich halt daran sehe mit den effizientesten wir haben ja hier ein so ein Ding hingestellt und ich das ich weiß nicht ob das der effizienteste Platz ist 210 macht der momentan da gibt es hier bestimmt noch mehr ähm ich weiß gar nicht ich glaub man kann es erstmal so lassen ähm das ist ja das interessante ist ja auch das heißt 210 pro Sekunde das ist der Maximalertrag der rauskommen könnte wenn ich eine Maschine hätte die auch wirklich 210 pro Sekunde abbaut die hier schafft aber leider Abbaugeschwindigkeit 0,5 das heißt ich glaube ähm 0,5 dürfte bedeuten ähm bin mir grad nicht sicher eine halbe Sekunde pro Abbau weil hier steht 8,7 pro Sekunde aber so viel kommt ja nicht raus das würde ja sehr krass viel sein ich glaub das sind null das sind glaub ich eine Kohle zwei Kohle pro Sekunde könnte das vielleicht sein oder wohl eins oder zwei Sekunden kann auch sein zwei Sekunden könnte es sein Abbaugeschwindigkeit 0,5 ähm ich bin da manchmal echt manchmal ähm ist man so durcheinander ich hab auch das Gefühl dass die teilweise immer unterschiedliche Angaben machen Herstellergeschwindigkeit 0,5 brauchen du das hier steht ja da das Ding braucht 4,5 Sekunden zum Herstellen ja die Herstellgeschwindigkeit ist 0,5 das heißt die das hier wäre das Optimum bei einer Herstellgeschwindigkeit von 1 und die haben aber 0,5 also ist das Ganze nochmal halbiert sind es dann also nochmal die Hälfte drauf sind 6 6,75 Sekunden glaube ich wenn ich jetzt richtig gerechnet habe und ich rechne nie sehr gut ähm also da kommt nochmal es ist bloß die Hälfte der Geschwindigkeit quasi die hergestellt wird das verstehe ich ja das Problem ist nur hier steht auch 0,5 das heißt die Frage ist jetzt zum Beispiel was ist das optimale Herstellgeschwindigkeit von einer Kohle aber darum geht es einfach nur wenn ich jetzt ein riesiges Gerät hier hätte was 209 pro Sekunde ausspucken könnte dann würde auch pro Sekunde so viel rauskommen aber momentan sieht es halt nicht so aus gut so ganz schön viel darüber gequatscht ich lasse das mal da stehen das kriegt man schon hin wir sehen das ja dann wenn das abgelaufen ist so das war jetzt quasi die äh Kommentierfolge aber jetzt geht es richtig ab Leute hier 41 Kommentare bei Platz für Solar Factorio äh ja das Problem ist ich also ich habe hier noch gar nichts gesehen von den ganzen ok erster ist schon mal sehr cool das hat die Muku schon mal gut gemacht Moment mal war die Muku nicht der eine Typ Moment den ich gestern noch im Teamsweek mit hatte Mann wo ist denn das Bild hier ich will das Google Plus Bild haben ne war es nicht glaube ich nicht keine Ahnung ok ähm schauen wir uns über die Kommentare an als irgendwelche Bilder wo kriege ich Factorio ohne Mods her beim Forum die drei das sind doch Packs oder ja das sind Packs man muss schon direkt auf Factorio Seite gehen und dann kann man sich das dann kaufen so John sagt nochmal Danke ich habe dir das ja schon geschrieben das ist das Struppel LP zweiter download mit download mit mir gerade Factorio habe es mir gerade gekauft Tenshi ist geil cool also ähm cool und cool zweiter auch cool das Radar war schon immer bei Militär Tenshi aber ich suche auch jedes Mal aufs Neue ja ich bin halt blöd ich habe nämlich das ähm ja ich habe mich halt gewundert warum es bei Militär ist aber irgendwie logisch das Radar da ist hat wer Lust mit Factorio Multiplayer zu spielen ach deswegen gibt es so viele Kommentare ich verstehe ähm das finde ich aber sehr cool irgendwie dass sich hier Leute finden die dann miteinander spielen das finde ich echt cool das hat was also da würde ich auch nie hier irgendwas löschen oder so weil ich mir denke so hey was soll denn das äh so ne Scheiße hört auf mal hier irgendwas und nochmal witzig zu schreiben das hat nix mit mir zu tun ne ich finde das irgendwie cool ich finde das cool wenn sich Leute dann so treffen und so spielen das heißt nämlich ich habe die Leute ein bisschen zusammengebracht auch wenn die sich natürlich selbst zusammengefunden haben aber äh schickst du IP IP ist da mhm 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 ach geht nicht ach schade ich sehe gerade es geht gar nicht oh das ist natürlich blöd ähm ihr könnt auch gerne also wenn ihr ein Spiel äh wenn ihr so ein Spiel findet könnt ihr auch gerne auf uns in TeamSpeak kommen TeamSpeak findet ihr glaube ich bin mir gerade nicht sicher unter der Videobeschreibung TeamSpeak hier so noobskanal.de Passwort noob könnt ihr gerne drauf kommen geht einfach in die Factorio Channel oder so und dann könnt ihr auch miteinander quatschen äh oder ihr benutzt einfach Skype und bla 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 haha Tenchi du hast zu wenig Kupfer was das hat man glaube ich schon äh schon mal irgendwann äh glaube ich gelöst ja hier Kupfer liegt ja tonnweise Zeug rum mittlerweile ist hier auch ziemlich voll und das sind nur zwei Schmelzöfen davon arbeitet nur einer ne der arbeitet auch gerade der zweite aber wir haben zu wenig Kupfererz das stimmt schon da kommt echt wenig raus so wenn wir mal mehr verbrauchen an Kupfer dann haben wir ja ein kleines Problem aber momentan geht es noch kommt Factorio auch bald auf Steam ja ähm ähm wenn die Entwickler wollen wenn die auf die ähm Folge 12 gehen quasi da schauen wir mal ganz kurz nach pass auf ähm Entwicklerfactorio.com können wir mal schnell drauf gehen so ähm puh das war nämlich Sales, Stats, Trees, Visitors The Wedding Day The Wedding Day ist äh heißt nämlich für die Leute hier die 012 ist our Wedding Day das heißt die vermählen sich quasi mit Steam ähm und deswegen wird die 012 einer der größten Updates mit werden also mit ganz vielen äh Verbesserungen zum Beispiel hier Smoke dass die Smoke Simulation weniger wird mit einer komplizierten Formel haben sie es jetzt geschafft die Rechenleistung runter zu drücken damit die Züge nicht mehr so viel Rechenleistung fressen und die haben viele Sachen gemacht hier das sind die neuen Laser dann für die ähm ähm Schussdrohnen die schießen dann nicht mehr mit ähm mit irgendwelchen Kugeln sondern schießen halt mit Lasern dann raus diese Kampfdrohnen ist eigentlich ganz cool und die haben halt viele viele Sachen optimiert und so damit das alles ein bisschen flüssiger läuft und äh so ein Zeug halt und dann soll auch die Rakete das End-Content soll mit reinkommen in die Raketen und so und das ist ganz cool aber erst ab der nächsten Version der 012 und das ähm weiß ich nicht ob das noch ein bisschen dauert jeden Freitag kommen hier News die habe ich zum Beispiel noch gar nicht gelesen hier oh oh die sieht aber echt cool aus mhm 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 Train Station irgendwas cool muss ich nachher mal durchlesen da freue ich mich schon mal voll drauf Output Output ach dann kann man das hier inputten und dann kommt sowas raus was heeeh 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 die arbeiten ja auch alter was ist denn das hier alles voll krass ok achso das sind das ist dann bloß die Logik das ist ein Logik End Or Xor und Not ach ich verstehe das ist dann so ein Logik System nur doof dass der Tenshi so blöd dafür ist und das wird wahrscheinlich in meinem Let's Play leider nicht so vorkommen ich kann ja mal schauen ob ich irgendwelche Tutorials dann dafür finde um euch das auch mal näher zu bringen dass ich dann mal sowas aufbaue aber durch meine ähm Logik das ist schon bei Minecraft äh war ich schon so blöd dafür für den ganzen Redstone Dingern da gab es ja auch da ein Endor und und so aber ich glaube das kriege ich eh nicht hin krass hier hat man zum Beispiel ist das ah das ist ja geil ah dann kann man vielleicht vielleicht sowas machen wenn die Dinger aus wenn hier was ausgeht also quasi es gibt es mehr rote als grüne oder sowas ja es gibt es mehr rote als grüne dann könnte man die Lampen ähm leuchten lassen dann sieht man zum Beispiel die Lampe oh es fehlen rote oh scheiße Leute scheiße ich muss das angucken ey Leute unten so eine ganze Schrift Factorio alter oh nein das ist dann wie bei Minecraft dann kommen die Leute und bauen richtige Rechner damit ach du scheiße sowas gibt es ja auch bei ähm wie hieß es denn ähm Prison Architect da gab es ja dann auch irgendwie diese diese Xhor und Not und so Gates da haben die auch so kleine Mini-Computer gebastelt ach du scheiße wird es bei mir nie geben auf dem Kanal weil ich sowas nicht hinkriege da bin ich so blöd für ähm ja leider muss ich sagen aber sowas wäre vielleicht cool dass du so Signale hast euch geht dir geht das Kupfer aus und so aber egal darum sollte es jetzt gar nicht gehen ich würde nur sagen in der 0.12 es kann sein dass das auch noch 0.12 mit dann vielleicht drinnen reinkommt das wird ein cooles Update mal gucken ob dann meine ganzen Mods noch laufen so kann ich gleich mal schließen so ne mal gucken ob die Mods dann noch laufen wie das dann mit unserer Dings aussieht ja unsere Map so jetzt gehen wir weiter wir sind dann wieder zurück wir sind schon eigentlich am Ende der Folge aber egal ich wusste kurz so oh Gott ich bin halt ein bisschen aufgedreht so gut das war jetzt die Frage die habe ich jetzt beantwortet so ich finde das voll cool wenn du überziehst ach danke danke und ich glaube es ist nicht so wichtig dass du auf der linken Seite keine Türme hast denn wenn sie durchbrechen kommen sie ja sowieso zu den Türmen an der Base schönen Tag noch ja aber die sollten ja nicht durchbrechen ne es soll ja ähm es soll ja einfach eine Verbreiterung unserer Masse sein Tenshi kannst du bitte bitte Video von Japan machen ach da bin ich aber leider nicht gewesen da ist ja jetzt dieses Wochenende gewesen und ich war nicht da so neue Idee für Mauern und jetzt wird es kompliziert das habe ich keine Ahnung was da hier meint passt auf F sind Förderband mit Munition das verstehe ich M ist Mauer B ist Baum Geschützturm ist T und Greifarm ist G so also hier haben wir ein Fließband mit Muni dann haben wir Mauer 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 dann haben wir hier ein noch ein Förderband achso das geht dann nach hoch das geht dann so hoch ok Mauer 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 Förderband Mauer 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 Förderband nach oben ok dann kommt hier Baum 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 noch eine Mauer ein Greifarm Mauer Baum 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 Mauer das sieht total komisch ausbestimmt ähm dann wieder Mauern äh ne Bäume wieder Mauern noch mehr Bäume aber hä wenn hier eine Mauer ist wieso ist dann hier ein Greifarm wo soll denn der was hinbringen und weil wo sind jetzt die Geschütze ah ne G ist ein Geschütz G ist ein Geschütz hä der fehlt aber der ne immer G war Greifarm T ist Geschütz hier sind gar keine T ist drinnen willst du mich verarschen hier sind gar keine T ist drinnen hä 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 ok cool hm der Greifarm greift also ähm ein Flieger etwas und will das dann auf die Mauer legen wahrscheinlich soll hier ein T sein Baum 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 ich bin echt nicht sicher ob das so ähm effektiv ist aber trotzdem danke für dein für deine Idee aber irgendwo fehlt da ein T irgendwo fehlt da ein T irgendwo fehlt da ein T ok mir fällt gerade auf dass ich deine Videos schaue und oft vergesse ein Like abzugeben was nicht sauer sein ok ja kein Problem ich war nicht sauer nein ich versuche mich zu bessern siehst du die positive Bewertung ist in meinen Augen eine Art Belohnung daher vergebe ich nur ganz selten bei Let's Plays eine oh du bist ja fies keine Ahnung in meiner positiven Bewertung Playliste findet sich hauptsächlich Musiksachen oder nicht alltägliche Videos oh ja ich finde ich finde schon ein Let's Play das ich gerne schaue hat das öfter auch mal einen Daumen verdient aha schließlich werde ich kostenlos unterhalten und man darf nicht vergessen dass es auch alles Arbeit macht solche Videos zu produzieren ok ich kann Cayano aber natürlich auch verstehen dass aufwendig produzierte Videos natürlich irgendwo auch mehr Anerkennung verdienen muss man sagen weil wenn ich jetzt hier ein Video mache da setze ich vielleicht ja wenn ich das Rendern und Hochladen dazu nehmen würde sagen wir mal grob gesagt eine Stunde ich nehme irgendwie halbe Stunde auf Vorbereitung fünf Minuten vielleicht danach nochmal fünf Minuten ein kleines bisschen sammschnippeln und so sagen wir mal ungefähr eine Stunde Arbeit in jeder Folge das kann schon hinkommen ähm das ist natürlich nichts Gegensatz zu Leuten zum Beispiel dieses ich habe ja mal eine Tastatur Video gemacht auf dem Kanal und der hat glaube ich 15 Stunden oder 12 oder keine Ahnung was gebraucht das ist schon ein bisschen mehr das kann ich schon verstehen dann aber trotzdem Leute können wir trotzdem Daumen geben ey aber wie gesagt ich rufe ja ich will eh nicht darauf aufrufen ich finde das echt cool dass so viele überhaupt Daumen geben ich habe hier zum Beispiel 19 Daumen nach oben das ist super hier sind es 12 hier sind 14 finde ich immer gut auch ohne darauf immer aufmerksam zu machen auch wenn ich das jetzt gerade hier mit tue die neueste Version von Modpack ist da oh habe ich noch nicht geschaut muss ich da mal schauen demnächst ähm aber ähm Dienstag nehme ich erst noch wieder mit Ultbull auf dann werden wir wahrscheinlich noch die alte Version benutzen weil wir immer nie ganz sicher sein können ob die neue funktioniert dann ist immer so kurzfristig ein bisschen blöd mal schauen Tenchi mir sind zwei Sachen bei deiner Sandsteinfabrik aufgefallen oh jetzt kommt es bestimmt wieder was mit Knickarme du hast zu wenig Schmutzwasser das heißt es kommt zu wenig an oh das ist eine gute Idee das ist eine gute Idee da mal zu schauen hier der ist ja quasi der der am wenigsten haben ne der hat genug guck mal hier 20 20 immer perfekt voll auch alles perfekt voll wobei hier das durchdrücken ist trotzdem ein bisschen schwach muss ich sagen aber ähm 100 100 100 aber wenn hier immer 20 da sind sodass der immer permanent arbeiten kann dann passt das noch aber wenn man sich hier mal den Durchlass anguckt es ist schon schwächer muss ich sagen schon ein bisschen schwächer es schwächelt ein bisschen aber das ist glaube ich ganz klar muss ja glaube ich schwächeln aber ähm funktioniert funktioniert noch alles was noch äh eine Montagemaschine ist doch so breit wie drei Knickis auf eine Seite also könntest du auch äh könntest du doch auf eine Seite drei schnelle Knickis machen hm und so dein Chaos ein wenig aufräumen und noch etwas später kannst du dafür auch die Express Knickis von Bob nehmen und da reicht schon einer ach ja der Tenshi ist so blöd naja jetzt habe ich jetzt habe ich sogar ähm sechs Knickarme statt nur drei Leute auch wenn davon nur vier Arbeiten aber besser als keiner wir haben jetzt schon einen Haufen Mauern hier ach du scheiße das geht jetzt rack 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 ok aber trotzdem danke mhm 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 äh Benni Blar sagt Tenshi wegen dem verplant sein deinerseits schau dir einfach die Folge an wo ich es drunter gepostet habe sollte dir selbst auch auffallen du bist nicht immer so verplant ist ja meistens eh witzig ja ok danke nimm es nicht so ernst jeder hat mal einen Hänger ja sonst hast du ja immer super Videos sonst hast du ja immer super Videos das heißt das Video war scheiße oder was haha ok ähm hier ist noch was außerdem bist du der zweitorganisierteste von den ganzen deutschen Infektorien letztes Jahr war es das glaube ich nicht einer hat zum Beispiel die Forschung immer nach der Reihe gemacht und sich gewundert warum in den Monster überrennen haha hatte nur MG Tower gegen Könige gegen Könige sowas gibt es ja ok ähm ja also ich bin ich muss sagen ich bin echt verpeilt also organisiert kann man da echt nicht sagen was ich da spiele aber ähm wenn ich der zweitorganisierteste bin dann ist das schon ist es schon ein ähm äh ist es schon sehr traurig gegenüber den anderen meines Wissens nach spricht man das Spiel mit einem richtigen A aus aber die Version mit dem Äh dürfte auch gültig sein ja das ist halt schwierig weil die Entwickler die kommen ja aus aus Tschechien und ähm die sprechen ja auch immer ähm äh 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 fack ähm fack ähm factory factory sagen die glaube ich auch aber es heißt ja glaube ich factory wenn ich mich nicht irre und dann vielleicht sagen sie einfach ähm ihr äh äh factorio sagen es sprechen sie vielleicht falsch aus ich habe keine Ahnung aber vielleicht wollen sie es ja auch factory nennen kann ja auch sein dass es einfach ihr ihr Name ist so ich weiß es nicht ähm wie in der letzten Staffel auch ist es sicher empfehlenswert die kleinen Strommasten jetzt nach und nach gegen mittelgroße Strommasten auszutauschen ja das werde ich vielleicht irgendwann machen wobei ich die kleinen jetzt immer noch nicht schlimm finde aber fürs Aussehen her wahrscheinlich muss ich das wieder machen ich verstehe ja dass du den Kopf was eine Kopflampe hast welche auch den Lichtkegel von dir auslöst was ich aber nicht verstehe ist deine Eigenleuchten was hast du gefressen dass du so stark leuchtest das ist eine gute Frage leuchte ich echt selber also ich habe den ja stimmt ich habe den Eigenleuchten sehe ich gerade ähm ja das ist das ist die Lampe keine Ahnung das ist die Lampe die scheint nach vorne aber gleichzeitig strahlt sie ja trotzdem eine gewisse Lichtmenge auch um uns herum ab ne und so habe ich mir das jetzt erklärt und jetzt kommt was sehr interessantes wo ich immer wieder sagen muss es tut mir leid meine Aussprache ist echt scheiße das weiß ich auch aber ich weiß nicht ob ich die jemals ändern kann ich finde es immer amüsant zuzuhören wenn du von den seltenen Erden äh Erden redest und diese Ra-Örf nennst würde würde ich von denen sprechen käme irgendwas mit Rär was Rär Rär Irf bei rum okay na heißt das ach Rär na gut das heißt eigentlich Rär und Irf weiß ich nicht ob man das so ausspricht ähm ich bin halt sehr also das war auch schon in der Schule so ähm und deswegen ist es auch sehr interessant dass ich mal Hobby FanDubber war also FanDubber quasi mal war weil meine Aussprache echt für den Arsch ist ich kann keine Namen aussprechen ich kann Englisch nicht aussprechen ich kann japanische Wörter und Namen nicht aussprechen hä und trotzdem habe ich FanDubs gemacht ist schon ganz komisch hm die sekundären Dampfgeneratoren gehen immer mit an wenn die Akkus geladen werden am höchstmöglichen Lade was ach sei um höchstmögliche Laderate zu erzielen okay sobald die Akkus voll sind fährt dein Stromverbrauch wieder auf das Level runter was du für deine Fabrik brauchst äh wenn du wenn du mehr Strom verbrauchst aber trotzdem noch kapazität hast werden die Akkus langsamer geladen da weniger Energie übrig ist ja das stimmt das ist wohl wahr das ist wohl wahr momentan sieht es eigentlich ganz gut aus glaube ich die Akkus sind komplett voll die Solardinger laufen und meine ähm primären sind zwar an hm fressen aber nicht so viel aber eigentlich müssten die Solarpanels eigentlich wenn einer 90 Kilowatt hat dann haben 10 Stück 900 Kilowatt das ist ja schon eigentlich warte mal ein Megawatt sind doch eigentlich nee das sind 1000 Kilowatt sind das ja das sind 1000 Kilowatt dann 10 Stück haben doch schon 10 Stück sind schon bei 900 dann sind doch 100 Stück müssten doch dann theoretisch 9 Megawatt sein ich hab fast 200 ich hab fast 200 das würde ja bedeuten dass ich eigentlich fast 18 Megawatt habe warum sind die Dinger hier noch an Moment ich geh mal kurz runter ich glaub die sind gar nicht alle verfügbare Leistung die sind ja die sind ja gar nicht komplett an die Dinger bestimmt weil es so halb dunkel ist irgendwie irgendwie hier ich hab auch einen Lichtkegel an irgendwie sind die Nächte und so hier ganz komisch find ich echt ein bisschen komisch wie man sieht Leistung die geht sogar runter es wird glaube ich grad dunkel ne es wird hä jetzt gehts wieder hoch auf 12 13 hä ich hab keine Ahnung Leute die Folge wird wieder super lang weil ich mir irgendwie jeden Scheiß angucke ach ja übrigens hab ich ja offscreen noch umgebaut oh ich hab hä hä ich hab doch die Akkus auch gebaut gehabt oh ich hab die Akkus hä ach nein die Akkus hab ich unten gebaut Leute das hab ich ja wisst ihr noch gar nicht ich hab ja hier die Solarpanels umgebaut damit ich hier einfach mit dem Ding einfach mehr Effizienz habe und die Akkus hab ich unten hin gebaut das hab ich noch gar nicht gezeigt gehabt fällt mir grad auf so hier hab ich jetzt die Akkus hin geklatscht ähm so die passen halt alle perfekt hier rein und hier könnte ich dann einfach noch mehr Akkus rein machen hab ich schon hier unten ein bisschen das Gitter erweitert da kommen dann die ganzen Akkus rein so mach ich das in Zukunft schon mal ähm bis ich dann mal Dings habe bis ich die ähm Umspannwerke hab da muss ich das ganze Muster nochmal abändern aber okay so jetzt aber ganz schnell äh schnell schnell zu der nächsten ne warte mal wo ist die letzte Folge nein hier ist die letzte Folge und hier sieht man mal hab ich extra da gelassen es sind Kommentare vorhanden die noch geprüft werden müssen so passt auf ähm jetzt zeige ich euch mal was für Kommentare ich lösche ja es gibt ich lösche ja keine Kommentare außer sowas hier Free PSN Money gönnt euch hier klicke hier drauf nein man das wird für mir äh wird das erstmal gemeldet und eigentlich auch gelöscht aber Kommentar wurde gleich mit entfernt äh mit entfernt weißt du was kann ich gar nicht leiten dass irgendwelche Leute auf irgendwelche Pushing Seiten und sowas verlinken rrrr I hate this shit so dann äh let's klutsch Mann was du alles leistest 4 Videos am Tag und dann auch noch gute danke oh danke danke für den geilen Smiley den ich nicht sehen kann aber auf jeden Fall cool ähm ja es kommen nicht immer 4 Videos raus leider muss ich sagen ich bin manchmal so ein bisschen faul aber auf jeden Fall cool es gibt von mir einen Daumen nach oben ähm Tenshi ist mein Retter in der Langeweile oh danke Struppel LP finde ich auch Tenshi ist auch einer meiner besten YouTuber okay ich muss aber echt sagen dass ich das gar nicht so sehe ähm also ich bin echt ein bisschen unzufrieden manchmal mit meinen Videos die hören sich manchmal langweilig an oder keine Ahnung also aber ich glaube man ist so ein bisschen selbstkritisch ist ja jeder Mensch ähm aber ich finde es cool dass ihr das so seht und ähm ja das ähm passt Tenshi bau doch explosive Termiten oder wie auch immer die heißen dann stören die Bäume nicht mehr ja das haben wir ja im Multiplayer gesehen mit Ultbull das ist ein ganz riesiger Wald einfach vernichtet mit den Termiten ey das ist nicht gut das ist nicht gut Dinger die sind einfach zu böse mach bitte mal ein Laserturmverteidigung und 4 Mauern breit 4 Mauern ähm es war auch schon überlegen ob ich 4 Mauern reinklatsche kann man ja später auch machen ich produziere ja grad sau viele Mauern also wird das schon hinhauen ähm Laserverteidigung kommt auf jeden Fall aber ich werde ich gucke ob ich dich doch mischen kann so ein bisschen weil ich glaube die haben ja auch Resistenzen die ganzen Gegner jetzt mittlerweile in diesem Mod da muss ich dann mal schauen wie man ihn am besten kaputt kriegt so puh was ist das denn hier und auf was geht's sich denn aus und auf was geht's sich denn aus richtig in Folge 89 schreien wir dann alle rum die Mauer muss weg die Mauer muss weg Kappa HD ja das ist High Definition Kappa freust du dich schon auf die Lasertürme na klar wenn dich das Popup wenn die Forschung fertig ist in der Hinsicht stört dass du es immer wieder irgendwie weg drückst kannst du auch unter den Optionen anders das Kreuzchen bei Einzelspielerspiel ausiert wenn die Forschung abgeschlossen wurde rausnehmen dann wird das Forschungsmenü wie im Multiplayer gehandhabt ja ähm auch wenn ich mich vielleicht ab und zu ein bisschen ähm bisschen aufrege weil ich irgendwie dann zufällig das Fenster hochploppt aber es ist glaube ich schon ganz gut dass das Fenster hochploppt sonst würde ich es erst richtig vergessen das haben wir ja in der ich glaube in der letzten Staffel gemerkt da habe ich dann teilweise mehrere Folgen nichts geforscht weil ich es einfach vergessen hatte anzumachen von daher so Spamminator ist wieder unterwegs wusstest du dass es auch einen zweiten Sound für die Tore gibt nein das wusste ich tatsächlich nicht während der eingebaute wie eine Mechanik klingt ähm klingt die zweite klingt der zweite die nicht eingebaut ist wie eine Hydraulik wenn man es so will dann klingt dieser alternative Sound wie eine Tür bei Star Trek ist natürlich ziemlich cool hast du einen Ordner gefunden oder woher weißt du das hi ich habe eine Frage ich habe das Spiel gekauft ok habe es einen Tag gespielt auch ok und am zweiten Tag bekomme ich Fehlermeldung und da steht no such note version was kann ich machen dass ich wieder spielen kann please help mir und thanks hä so no such note version ich habe keine Ahnung na wenn du das gespielt hast und am zweiten Tag auf einmal nicht dann muss doch irgendwas kaputt sein irgendwas muss kaputt sein ähm was du machen kannst ist allerdings ähm äh pass auf du könntest hier reingehen dann könntest du hier hast du ja hier Factorio also ich weiß nicht ob du eine Verknüpfung hast mit Factorio oder wie auch immer auf jeden Fall kannst du wenn du so eine Factor du kannst in den Ordner gehen wo du Factorio installiert hast ne also entweder machst du das über die Verknüpfung gehst zur Dateifahrt dann hast du hier den Ordner wo du Factorio drin hast ne dann gehst du in diesem Ordner auf Saves das ist eine Verknüpfung die schick dich dann dahin wo deine ganzen Safe Games sind so wie bei mir hier zum Beispiel das sind 332 Elemente oh mein Gott die sind bestimmt richtig groß ähm ja gut ich möchte mal gerne wissen wie groß die sind insgesamt sind das bei mir schon 4,3 Gigabyte an Safe Games das ist schon krank und dann würde ich sagen nimmst du dein Safe Game ja kopierst du das irgendwo hin ja also irgendwo sicherheitsmäßig wohin kopieren oder alle Safe Games am besten dann löscht du Factorio oder deinstallierst ich weiß nicht genau ob man das einfach nur löschen muss oder ob man es deinstallieren kann und haust es einfach nochmal neu drauf weil das Safe Game ist ja gesichert ich weiß nicht ob du mit Mods spielst wenn du ohne Mods spielst dann ist das alles dann ähm kannst du es so machen dass du einfach wirklich den ganzen einfach den ganzen Safe Ordner kopieren irgendwo abspeichern und dann quasi Factorio komplett neu installieren ähm vielleicht behebt das das Problem weil ich bin leider nicht ähm ich hab keine Ahnung von sowas ne oder im Forum mal schauen kannst du mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben ob das da hingehauen hat ob das wieder geht wenn nicht können wir ja mal im Forum schauen oder so oder äh findet man bestimmt dann irgendwas Hallo Tenchi ich finde du bist ein cooler YouTuber und mein Abo hast du das ist gut danke für dein Abo ich bin's übrigens Andreas Time von Twitch dachte ich mir schon weil hier steht nämlich Andreas Time ähm cooles Bild übrigens ähm ja cool danke danke Tenchi zwei Sachen oh jetzt kommt's Terratech ist noch in der Gruppierung am Laufen ja ich muss echt noch mein mein Kanal-Design quasi nochmal anpassen ich hab da jetzt eine komplett neue Playliste gemacht aber hab vergessen die auch drauf zu schalten ok bau mal ein Rabatturpack von Yooki oder fang an mit Yooki ok hey docke pack mal deine Beißerleichen in eine Kiste hab ich ja glaube ich schon gemacht ähm ich schau mal ganz kurz hoch hier Beißerleichen sind in der Kiste passt alles schon mhm was Yooki Rabatturpacket angeht wäre das eine gute Frage äh eine gute Idee hab ich noch nie gemacht keine Ahnung ich weiß noch nicht mal wo das sein soll Yooki Energy wird's wahrscheinlich nicht sein Yooki Atomic wird's auch nicht sein ich hab doch bloß die drei Sachen wo gibt's denn hier ein Reparaturpacket gibt's denn wirklich so ein Ding vielleicht die Dinge hier unten das kann überall sein aber bis ich das hier finde das wird dann wird ein paar Jahre vergehen mhm mhm ja keine Ahnung wo das ist also ich kenn ja lustig grad äh die drei Yooki Dinge ähm also mit Yooki anfangen ja der Anfang ist ja schon getan ich habe hier Yooki ähm Yooki Energiezellen gebaut äh hier ähm Dingsbums Dampfgeneratoren und ich habe sogar Dampferzeuger gebaut ja das ist schon ziemlich cool wir haben mit Yooki schon angefangen Yooki ist cool Yooki ist fein Yooki ist Liebe hehehe gut und ähm mit diesen Worten war's das auch schon wieder nur 42 Minuten lang tut mir leid dass die Folge so kurz ist hehehe und ja keine Ahnung ihr kennt's ja ich war der Tenchi hier von Synops Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und dann zu sehen Juuuuh Bis zum nächsten Mal.